Es ist Dienstag, der 8. August und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der lang erwarteten Coinbase-Blockchain-Base und Infos über ein hartnäckiges Gerücht auf der von Ilemas geführten Social-Media-Plattform X. Ihr erfahrt von einer drohenden Binance-Anklage durch das US-Justizministerium und was der Kaffee-Riese Starbucks für neue Rewards zu bieten hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf ein ausgesetztes DeFi-Kopfgeld, Neuigkeiten bei Metamast und die Frage, wer hat eigentlich die Blockchain erfunden? Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung Heute möchte ich euch nochmal auf Mehmet Karafilm aufmerksam machen. Der Drop läuft noch. Ihr könnt den Fotografen und Künstler natürlich unterstützen nach dem schweren, schweren Schicksalsschlag, den er in der Türkei aufgrund des Erdbebens in der Türkei und Syrien erlebt hat. Und in dem Sinne, schaut gerne einmal in die Shownotes, checkt dort einmal den Moment von Mehmet Karafilm ab. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir also in den Dienstag, wobei ich euch jetzt schon sage, lehnt euch kurz zurück, holt euch ein Bonbon und dann sind wir auch wieder da. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Von Ricola. Ricola, Schweizer Kräuterzucker. Natürlich aus der Schweiz. Und aus 13 Kräutern. Ricola! An dieser Stelle gehen natürlich liebe Grüße an unsere Schweizer Zuhörer raus. Und nein, Ricola ist nicht unser neuer Sponsor. Das Ganze war hier keine Werbung. Aber wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, wer hat eigentlich die Blockchain erfunden? Beginnen wir einmal damit, dass die Blockchain-Technologie zweifelslos durch die Bitcoin und natürlich durch die Vielzahl von Altcoins mittlerweile großen Einfluss im Finanzsektor erlangt hat. Was natürlich auch gleichzeitig zu einem echten Buzzword geworden ist. Wer hat diese wirklich innovative Technologie also eigentlich entwickelt? Und bevor wir jetzt auf die Geschichte eingehen, schon mal vorweg und vielleicht dann auch für den einen oder anderen an dieser Stelle etwas überraschend, dass es nicht der bis heute unbekannte Satoshi Nakamoto war, der die Blockchain erfunden hat, sondern die Wurzeln reichen tatsächlich weiter zurück als ins Jahr 2008, als dort bekanntlich dann Satoshi Nakamoto die Bitcoin-Blockchain erfunden hat. Beginnen wir aber mal mit dem wichtigsten Jahr überhaupt und dort, wo alles angefangen hat und zwar in dem Jahr, wo ich geboren wurde. Und nein, auch jetzt an dieser Stelle heißt das nicht, dass ich der Erfinder oder Satoshi Nakamoto bin. Aber tatsächlich ist mein Geburtsjahr das Jahr 1991. Und wie der Zufall es haben will, im Jahr 1991 haben die beiden Entwickler Stuart Harbour und Willem Scott Stornetta die erste Software programmiert, die der heutigen Blockchain schon sehr, sehr erstaunlich ähnlich war. In ihrem Whitepaper mit dem Titel How to timestamp a digital document beschrieben sie eine erste Methode zur Erzeugung und Überprüfung von Zeitstempeln für digitale Dokumente, wobei ihr Ansatz damals schon auf kryptografischen Hash-Funktionen beruhte, was heute als einer der frühsten Vorläufer der Blockchain-Technologie angesehen wird. Wer mehr zu dem Thema Zeitstempel wissen möchte, da schaut doch gerne einmal in die Shownotes, denn in der Vergangenheit habe ich in Bezug auf nützliches Kryptowissen das Thema digitale Zeitstempel einmal in diesem Podcast vorgestellt und auch etwas näher erläutert. Doch zurück dann wieder zu den beiden Programmierern und Entwicklern Harbour und Stornetta, die bereits damals schon die Bedeutung der dezentralen Speicherung von Informationen und natürlich der manipulationssicheren Verkettung von Datenblöcken erkannt haben. Denn obwohl ihr System nicht alle heute bekannten Merkmale einer vollständigen Blockchain aufweist, scheinen ihre Arbeiten dennoch wegweisend zu sein für die spätere Entwicklung dieser Technologie. Feiern wir mal jetzt nicht meinen ersten Geburtstag, aber wir gehen ein Jahr weiter und in das Jahr 1992, denn es scheint so, dass die beiden ihr System erstmals im Jahr 1992 um die bekannten Merkle-Trees erweiterten, die auch heute noch in den aktuellen Blockchains verwendet werden. Was wichtig zu erwähnen ist, da diese Technologie es dann auch ermöglicht, über singuläre Speicherung von Daten hinauszugehen, was natürlich auch ein effizienteres Arbeiten ermöglicht. Um das sogenannte Double-Span-Problem zu lösen, also die Gefahr, dass digitale Coins doppelt ausgegeben werden, entwickelte dann wiederum Herr Finney im Jahr 2004 das System Usable Proof-of-Works, was als Vorläufer des später von Satoshi Nakamoto erfundenen Proof-of-Work-Konzepts gilt, das natürlich bekanntlich bis heute bei der Bitcoin-Blockchain eingesetzt wird. Der Unterschied zu dem heutigen Proof-of-Works, welches wir eben allen voran durch Bitcoin kennen, ist der, dass Herr Finneys Ansatz noch auf zentrale Server zurückzuführen ist, damit die Richtigkeit von Transaktionen halt auch dort überprüft werden konnte. Somit scheint es sehr wahrscheinlich zu sein, dass Satoshi Nakamoto auf all diese Informationen dann nachher auch Zugriff hatte, diese als Grundlage für die Entwicklung der Bitcoin-Blockchain nutzte und dann, denke ich bekanntlich, 2008 das bahnbrechende Whitepaper mit dem Namen A Peer-to-Peer Electronic Cash System vorstellte. So viel auf jeden Fall zu dem Thema, wer hat es erfunden, auch wenn es in diesem Fall nicht die Schweizer waren wie Baricola, so ist es dennoch wirklich, finde ich, eine interessante Nice-to-Know-Info und ich finde, das sollte man zumindest als Krypto, Blockchain oder NFT-Enthusiast zumindest mal gehört haben. Damit sind wir mit dieser wirklich interessanten ersten ausführlichen News durch. Kommen zur nächsten Kategorie, jetzt wechseln wir zu CoinMarketCap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es nach dem Montag, nachdem es etwas aufwärts ging, gestern dann doch wieder abwärts tendierte. Beim Bitcoin liegen wir gerade so noch über 26.000 Euro, 26.290 Euro, um genau zu sein, damit ein Minus von 1,12%. Bei Ethereum ging es gestern dann noch etwas stärker abwärts, hier ein Minus von 1,7%. EVE damit mittlerweile unter 1.650 Euro. Der Kurs tendiert zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 1.647 Euro. Ich muss leider sagen, in den Top 50 haben wir groß keine Kryptowährungen, die überhaupt gestern einen grünen Chart aufweisen konnten. Allen voran mal Optimism, also der OP-Token, der auch in den letzten sieben Tagen ein Plus von 4% und gestern damit nochmal ein Plus von 1,66% aufweisen konnte und damit der Kurs mittlerweile bei 1,59 Euro liegt, haben wir gestern teilweise nur rote Charts in den Top 50 auf CoinMarketCap gesehen. Auch hier allen voran ging es abwärts für den XRP, also Ripple-Token, minus 4%. Damit in den letzten sieben Tagen wirklich ein deutliches Minus von über 15%. Hier die Luft nach dem Hype, nach den wirklich positiven News, aber jetzt erstmal raus. Ebenfalls raus die Luft bei Litecoin, minus 15%. Dann weitere Token im Minus, Avalanche, Tonecoin, J-Link, Stellar-Token, alle im Minus mit hier 2% gestern. Aber was natürlich auffällt, wenn es nicht der Maker, der MKR-Token ist, dann haben wir noch Bitcoin Cash, was positiv ist. Und bei Bitcoin Cash hieß es gestern Plus 5%, damit der Kurs bei 215 Euro. Damit hoffen wir auf Besserung am morgigen Tag. Jetzt geht es natürlich in die nächste Kategorie und das sind unsere heutigen Web3-Kurz-News. Was ist das Internet-System? Kennst du nichts über das? Es ist das große neue Sache. Ab dem 9. August wird die Layer-2-Blockchain von Coinbase namens Base für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Lösung war bereits seit Juli für Entwickler und technikaffine Nutzer verfügbar. Um weitere Nutzer anzulocken, startet Coinbase die Marketing-Kampagne On-Chain Summer. Dabei werden den Entwicklern täglich Angebote gemacht, die auf der Chain Spaß machen sollen, wie Kunst, Musik, Spiele, Interessensvertretung und mehr. Zusätzlich vergibt das Team East-Zuschüsse an Einzelpersonen oder Gruppen, die zwischen dem 9. August und dem 13. September Base-bezogene Websites, Kunstwerke und Videos erstellen oder neue Protokolle im Netzwerk bereitstellen. Nutzer, die Kryptowährung auf die Plattform übertragen oder bestimmte Aufgaben erledigen, erhalten ebenfalls NFTs als Belohnung. Elon Musk hat Berichte über eine geplante Trading-Plattform von X, ehemals Twitter, zurückgewiesen. In einem Tweet schrieb er, nach meinem besten Wissen wird daran nicht gearbeitet. Zuvor hatte das Nachrichtenportal Semaphore unter Berufung auf Insider-Quellen und Dokumenten berichtet, dass X kürzlich Finanzdatenanbieter kontaktiert habe, um Vorschläge zu Finanzinhalten und Echtzeit-Aktiendaten einzuholen. Die Tochtergesellschaft von Twitter, Twitter Payment, hat passend dazu bereits Geldtransmitter-Lizenzen in drei US-Bundesstaaten erworben, darunter Michigan, New Hampshire und Missouri. Damit ist das Unternehmen berechtigt, Überweisungsdienste und Zahlungsinstrumente anzubieten. Laut einem Bericht von Semaphore prüft das US-Justizministerium derzeit die Möglichkeit einer Anklage gegen Binance wegen Betrugs. Gleichzeitig befürchtet die Behörde jedoch, dass eine solche Maßnahme, ähnlich wie bei FTX, zu einem Ansturm führen könnte und Kunden geschädigt werden könnten. Daher zieht das Justizministerium nun alternative Optionen in Betracht, wie beispielsweise Strafzahlungen oder Nichtverfolgungsvereinbarungen, um mit der Situation umzugehen. Curve Finance hat ein Kopfgeld auf den Angreifer ausgesetzt, der am 30. Juli über 70 Millionen US-Dollar aus den DeFi-Pools abgezogen hat. Um den Hacker zur Identifikation zu bewegen, bietet Curve nun der Öffentlichkeit eine Belohnung von 10% der verbleibenden gestohlenen Gelder an, was derzeit 1,85 Millionen US-Dollar ausmachen würde. Zuvor hatte Curve und andere betroffene Protokolle dem Hacker ein Bug-Bounty von insgesamt mehr als 6 Millionen US-Dollar angeboten. Curve hofft nun, durch das erweiterte Kopfgeldprogramm den Angreifer identifizieren zu können. Die beliebte Web3-Wallet Metamask bietet ihren Nutzern nun eine neue Funktion in ihrer Portfolio-App. Ab sofort können auf dem Dashboard verschiedene Staking-Anbieter und deren Renditen verglichen und verwaltet werden. Die App unterstützt derzeit EVE-Staking über Lido und Rocketpool sowie Matic-Staking über Lido und Steader Labs. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Service nicht für Nutzer mit Wohnsitz in den USA verfügbar ist. Das Gute haben der Nutzer soll flexibel sein, sodass es jederzeit auch abgehoben werden kann. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News durch. Kommt zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News könnte aus mehrfacher Hinsicht selten so gut passen. Denn ihr wisst, dieser Podcast soll euer täglicher digitaler Kaffee sein, der euch durch die Welt von Web3, Krypto, NFT und natürlich Co. begleitet. Und was meiner Meinung nach jeden Tag genauso dazu gehört, ist einfach ein physischer Kaffee, der natürlich besonders immer mit einem Konzern gerne in Verbindung gebracht wird. Und zwar Starbucks. Wie fleißige Podcast-Hörer wissen, hat Starbucks ja früh damit begonnen, ein eigenes Rewards-System aufzubauen, das im Kern darin besteht, dass man durch regelmäßige Besuche in Stores, das Beantworten von Fragen in einer App oder das Weiterempfehlen für Freunde und Bekannte die Möglichkeit erhält, NFTs zu erwerben und zu sammeln. Und wer mag auch auf Sekundärmärkten weiter zu verkaufen, der, nennen wir ihn jetzt mal, unangefochtene König der koffeinhaltigen Getränke, hat passend dazu nun auch kürzlich wieder einen weiteren Schritt in seine NFT-Initiative gemacht und dabei eine Hommage kreiert, die an ein legendäres Kleidungsstück des Kaffee Riesen erinnern soll und zwar die beliebte und unwiedererkennbare grüne Schürze. In der vergangenen Woche hatten dann Mitglieder des sogenannten Starbucks-NFT-Odyssey-Programms also die Möglichkeit, bis zu zwei NFTs der neuesten Green-Oporn-Collection zu erwerben, die, wie gesagt, an die mittlerweile 50-jährige Geschichte der beliebten grünen Schürze erinnern soll. Das Ganze lief so ab, dass diejenigen, die vor dem 28. Juli bereits drei Journeys abgeschlossen hatten, sowie Starbucks-Angestellte Zugang zu den NFTs erhielten, da die Kollektion auch hier nur auf insgesamt 5000 NFTs beschränkt war. Danach hatten dann alle anderen Starbucks-Teilnehmer noch die Möglichkeit, an dem offenen Verkauf teilzunehmen, der für insgesamt sieben Tage lang offen gelassen wurde und pro NFT gab es hier einen Verkaufswert von 100 US-Dollar. Im Rahmen der Recherche habe ich mir jetzt mal den aktuellen Mindestpreis auf den Sekundärmärkten angeschaut und hier sehen wir, dass der günstigste NFC aktuell für 130 US-Dollar angeboten wird und das höchste Angebot eines willigen Käufers liegt aktuell bei ca. 110 US-Dollar. Also für Sammler und Starbucks sowieso ein Must-Have, wie ich finde und für alle anderen, die noch etwas für den Geldbeutel haben möchten, stand jetzt ca. 10% Gewinnrendite durch den Erwerb und Weiterverkauf eines dieser NFTs. Doch wie so oft kann der Erwerb eines NFTs auch hier und da noch etwas mit sich bringen und so kann ich euch noch mit auf den Weg geben, dass es laut der Produktbeschreibung heißt, dass alle, die am innovativen Starbucks-Odyssey-Programm teilgenommen haben, zusätzlich noch einen Bonus von 1500 Punkten pro NFT für das Rewards-System erhalten, wobei hier vor allem wichtig zu beachten ist, dass wenn ein Besitzer sein NFT verkauft oder den überträgt, diese Punkte auch dann verlieren kann. Auch wenn die sogenannte Utility etwas dürftig für den einen oder anderen klingen mag, sehen wir aber, dass sich Starbucks dadurch zu den Namen gesellt, die die NFT-Welt auf eine eher bodenständige Art nutzen. Doch mit dieser durchaus konsequenten Vorgehensweise reiht sich Starbucks dann halt aber auch in die Riege von z.B. Nike.Swoosh oder auch Reddit ein, die die Technologie Blockchain nutzen, um Treuevorteile oder auch Kundenerlebnisse zu revolutionieren. Und genau das ist meiner Meinung nach auch ein Modell, was vor allem für gestandene Unternehmen ein praktikables Beispiel darstellt, was halt die eigene Kundenbindung neu gestalten lässt. Aus diesem Grund finde ich abschließend einfach, dass das Starbucks Odyssey Rewards-Programm sehr erfolgreich, sehr, sehr ein gutes Beispiel darstellt. Und ich denke, von Starbucks werden wir definitiv noch mehr sehen. Und wenn ihr nicht genug von diesem digitalen Kaffee bekommen könnt, nicht genug von Starbucks oder Allgemein Kaffee, dann checkt doch gerne einmal die Shownotes ab, denn seit gestern läuft der GM Coffee Token, das neue NFT. Von mir sage ich natürlich an dieser Stelle, jeden Monat zum 7.7. ein neuer NFT für die GM Coffee Community. Gerne einmal die Shownotes abchecken. Dort findet ihr den Link zu dem aktuell stattfindenden Mint. Läuft noch bis Mitte, Ende dieser Woche. Damit sind wir auch mit dieser Kaffee-News, rund um Kaffee-News durch. Wechseln jetzt noch einmal in die nächste Kategorie, natürlich zu OpenSea. Und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass wir etwas back sind, was das Handelsvolumen angeht. Die Mutant Apes auf Platz 1 sage und schreibe 100 Verkäufe. Dementsprechend bei einem Floorpreis von 5,8 Is. Das Handelsvolumen bei 5,8 Is. Die Bored Apes liegen aktuell mit einem Floor von 30,25 Is. Und einem Handelsvolumen von 555 Is auf Platz 2 auf OpenSea. Dahinter gefolgt die D-Gods ebenfalls dreistellig. Und ich mache einfach mal mit den Projekten weiter. Azuki, Milady Maker, Bored Ape Candle Club, Captains, Paji Penguins. Alle gestern mit einem dreistelligen Handelsvolumen auf OpenSea. Also etwas mehr Schwung im NFT-Markt ist anscheinend zurück. Die Floorpreise noch kurz. Azuki genau bei 5 Is. Die Milady Makers bei 3,6. Bored Ape Candle Club bei 2,12. Also hier eher ein Negativ-Trend. Captains 4,82, leicht gestiegen ebenfalls. Paji Penguins 4,19. Blicken wir nochmal abschließend auf weitere Projekte. Clone X mit 1,49 Is gelistet. Potatoes 1,42. Im Gegensatz zu gestern also auch hier eine leichte Tendenz nach oben. Die Chromies, Quiggles by Snowthrow mit einem Floor von 10,49 Is. Also weiterhin beständig, aber keine Veränderung. Heavy Metal 0,55. Die Moonbirds 1,65. Lil Pajis 0,33. Coolcats 0,66 Is. Und damit abschließend Platz 99, 100. Dort heute World of Women auf Platz 99. Der Floor hier bei 0,62 Is. Und Platz 100 haben wir die Cryptoads by Gramplin. Mit einem Floor von 0,67 Is. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge mit dem Dienstag so weit durch. Denkt daran, gerne einmal die Shownotes abchecken. Einmal bezüglich Mehmet Karafilm und natürlich einmal bezüglich des GM Coffee Tokens. Ich wünsche euch natürlich damit abschließend einen schönen Dienstag. Macht es gut und wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFC. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017